Wir waren die Ersten, die Ersten, die die Götter sahen, die Ersten, die ihre Bestien zähmten, die Ersten, welche die Seele vor dem Bösen schützten. Wir haben uns dieses Land untertan gemacht und errichteten ein Imperium. Doch nun liegt ein Raunen in der Luft von einer Bruderschaft im Schatten. Sie sind die Ersten, die diesen Namen tragen. Sie nennen sich Assassinen. Die Assassinen. Da! Da! Das war's. Das war's.